Es war einmal ein Junge, der liebte ein Mädchen. Sie dachten sich tausend Spiele aus. Er versprach ihr, solange er lebte, würde er nie ein anderes Mädchen lieben. Leo. Leo! Ach, du denkst wieder an sie, hm? Hast du mit ihr geschlafen? Das ist 60 Jahre her, dumm Kopf. Jetzt nicht. Ich habe zu tun. Ich bin das Aktmodell. Du bist zu hässlich. Du wirst ihm die Sitzung vermasseln und traumatisierst dich fürs Leben. Strasse. Mein Glückwunsch. Er hat den ganzen Abend kein Wort mit mir gesprochen. Sobald es dunkel wird, schnappst du ihn dir. Lass uns Freunde bleiben, ja? Was? Bist du bescheuert? Er soll nicht glauben, dass ich leicht zu haben bin. Liebesgeschichten enden nie gut. Seht euch doch um. Wenn du sie liebst, Leo, musst du sie gehen lassen. Die Deutschen sind keine 300 Kilometer entfernt. Leo, wir werden heiraten. In New York. Versprich mir, dass du nachkommst. Ich verspreche es dir. Liebe gibt es doch nur in Büchern. Nein, das stimmt nicht. Ich liebe dich! Alma Meriminski hat es wirklich gegeben. Die Liebe existiert. Ich hoffe, ihr kommt eines Tages wieder zusammen. Ich hoffe, ich bin ein davon. Vielen Dank.